Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls, prepare to die. Die Willenskraft ist auf 17, auch durchs Trade, also 15 und 50. Wollte ich euch nur zeigen. Ich habe jetzt eigentlich die Stats, die ich immer haben wollte. Vielleicht noch ein bisschen mehr Willenskraft, mal gucken. Da hat sich noch was geändert, Leute, und zwar hier. Schaut ihn euch an. Der Hexenbaumzweig auf Stufe plus 10. Maximal. Ich habe auch das Achievement Supreme Weapon bekommen. Sorry, dass ihr dabei nicht dabei wart, aber naja, ist auch nicht so schlimm. Ja, das ist maximal und wie ihr seht, 250 plus 85 und 250 plus 82. Geil, wie ich das nenne. Geil. 335 Magieschaden, Bonus, und 332 Finsternisschaden. Ich habe aber gemerkt, ich habe ja gar kein Finsternisding mehr drin, deswegen werde ich mir das mal wieder reinstopfen. Mal gucken, ob es was bringt. Mal gucken, vielleicht stopfe ich auch noch ein bisschen was in Zauberei und hole mir noch einen Slot dafür, keine Ahnung. Eigentlich soll auch das Seelen-Großschwert super sein. Vor allem gegen mehrere Gegner, aber irgendwie bin ich davon nicht so überzeugt. Wir müssen mal die finstere Kugel mit rein. Och, komm schon. Ich wollte doch... Nicht dafür ersetzen, sondern... Cool, dass die jetzt auch automatisch geordnet werden, nach gleicher Art. Das ist super. So, außerdem habe ich noch nicht mit ihr geredet. Ich habe nur mit ihr aufgestiegen, mehr nicht. Behrer der Kurs. Ich werde immer auf deiner Seite sein. Bis Hoffnung hat voll mitgebracht. Sehr schön. Sprechen wir mal mit ihr. Wenn du einen Estes-Shard findest, bringe es mir. Das ist nichts Neues, leider. So, dass ich deinen Bedürfnis verhindern kann. Okay, dann, ähm... Hm. Mir bleibt noch entweder Kätzchen, der Typ. Weiß ich nicht. Ne, die haben sich ja nichts Neues. Hallo. Na du. Wie geht's dir? So, aber hier, er vielleicht. Hier unten. Warte mal, hier sitzt immer noch keiner, ne? Hm. Komisch. Ich dachte, hier wird irgendwann mal einer sitzen. Das wäre auch cool. Vielleicht sogar straight. Das wäre saukool gewesen. Aber apropos, zu straight müssen wir auch noch. Und zu Nishendra. Guck mal hier. Zwo, vier, sechs Feuer brennen. Eines fehlt noch, wie das hier aussieht. Dann ist der Kreis voll. Und zwar irgendwo hier. Oder? Vielleicht sogar hier am Ende der Welt da so ein bisschen. Coole Sache. Mal sehen, was du sagst. Even more flame. I don't... Also nur Bullshit. Dankeschön. Tschüss. Das wollte ich nur abchecken. So. Jetzt können wir nämlich, ähm, weiß ich nicht. Gehen wir erst nochmal zu straight? Ich würde sagen, wir gehen erst nochmal zu straight und gucken, was er Neues für uns hat. Durch die Seele von Vengal. Sonst wüsste ich auch gar nicht. Er könnte noch ein neues Set haben. Da können wir nochmal ganz schnell reingucken. Ja, Leute. Das muss jetzt sein. Wir müssen ein bisschen hier, ne? Spielzeit steigen. Natürlich nicht. Go ahead. Ja, ja. Sei nicht so überheblich, mein Freund. Ich hab dich an die Macht gebracht. Penner. Und mich wirst du immer noch im Schlamm kriechen. Und das hier ist Weltstaatsrüstung. Ich hatte es fast befürchtet. Vom König... Königs Eges getragener Helm. Ursprünglich von Wunderenergie durchzogen. Nun jedoch von Finsternis durchdrängt, nachdem er lange in der Gruft der Untoten gelegen hat. Der hat einfach rumgelegen. Okay. Statt, er hat gekniet. Naja. Ein Ritter aus einem fernen Land wurde in dieses verfluchte Land gelockt. Doch er vergaß den Grund seines Kommens und wurde letztlich zu einem Schatten seiner selbst. Besser scheint nix zu werden, so irgendwie so ein bisschen sonst. Oh, okay. Das ist schade. Man kann die Rüstung nicht wirklich sehen, was sie so bringt. Ja, doch. Aber man kann halt nicht vergleichen mit seiner eigenen, die man gerade trägt. Der Finsternisschutz ist allerdings extrem nice. Der ist extremst nice hier. Also wirklich. Und die hat eine ganz gute Balance. Sehr cool. Naja, aber I don't really care. Aber ich schätze mal, dass es die Rüstung, die Profiler gemeint hat, dass sie einer der Besten ist. Oder für ihn die Beste sogar. Die mir da an die Paladin-Rüstung rankommt. Weil das könnte ich mir vorstellen. Obwohl Finsternis. Paladin. Aber Profiler, du kannst doch nicht die Rüstung von Dingsbums meinen hier vom Spiegelritter, oder? Komisch. Egal. Wir gehen mal zu straight, ganz schnell. Gucken wir uns da mal um. Apropos, ich wollte noch eine Sache testen, Leute. Das müssen wir gerade noch schnell machen. Ja, ich habe den jetzt voll aufgerüstet. Das ist eigentlich dumm. Aber ich will es mal gucken, wie das Ding ist. Das ist ein normales Gradeschwert. Das ist ein normales Langschwert einfach. Wie es scheint. Selben Patterns. Ja. Das ist ein ganz normales Langschwert, aber... Achso, nee. Das ist ja mal... Okay. Nee, sorry. Ja, ja. Natürlich ist mein Feuer... Oh Gott, nein. Das ist Heideritterschwert in Spiegel. Oh Gott, ey. Könnt ihr nicht... Achso, Finsternis geht nicht, aber der da geht. Das ist natürlich dann sehr, sehr geil, weil er kann alle Magiesachen machen. Das ist sehr, sehr geil. Und der hat einen Bonus auf Magie, aber der ist nicht so stark. Aber das ist natürlich ein sehr cooles Allround-Ding. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Und natürlich skaliert es mit... Gar nicht geguckt. Mit Stärke, mit Geschicklichkeit und mit Intelligenz, aber nur auf C. Naja. Okay. Braucht natürlich auch alle Anforderungen. Ganz schön viel Geschick. Interessant. Wie sieht es eigentlich mit Santiers Speer aus? 20, 22. Schade. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Das soll ja mit die beste Waffe im Spiel gewesen sein. Naja. Aber gut, natürlich ist unser Katalysator besser. Ich meine, das wäre ja auch ultra komisch, wenn das nicht so wäre. Aber ich finde, das ist ein cooles Allround-Ding. Damit kann man sicher so einen schönen Allround-Bild machen. Supergeil. Der auch schön Spaß machen kann. Und vor allem kann man dann ja nach dem Schlag einfach mal so, bam, so eine abziehen. Coole Sache. Egal, wir gehen erst mal ganz schnell zu Straight. Ja, ich will jetzt die ganze Part verplempern, aber wir müssen das natürlich uns mal angucken. Finde ich. Also, ich bin schon neugierig. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Äh, wo saßt du nochmal? Nicht Macduff? Straight Stelle. Ja, vielleicht sitzt er in Straight Stelle. Macht ja irgendwie, ne? Und so. Kann er nicht irgendwie nach Matula kommen? Mensch, wir haben hier noch Platz. Guck mal, das ist ein Raum mit Büchern. Da kannst du die ganze Zeit lesen. Du hast viel Zeit im Stein verbraucht. Muss ziemlich langweilig gewesen sein, also. Wäre das doch mal ne coole, coole Sache. Mal ein Kölnerschädel. Ja, haben wir. Ich hab keine Lust, mich mit denen zu befassen. Oh, oh. Leute, warum kommt ihr einfach so angelaufen? Ich glaub, es hackt bei euch. Was sag ich noch? Ich hab keine Lust, mich so mit denen zu befassen. Und dann sowas. Okay. Genau, stürzt euch drauf. Au. Natürlich trifft ihr mich trotzdem noch, ne? Jetzt brauch ich nur einen Schlag für euch. Futzel. Okay. Alter, wie gemein ist das denn, ey? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da drauf bleiben. Müssen wir mal gucken, wie schön der Finsternisschaden jetzt reinzieht. Weil der Zauberstab, den wir haben, ist ja schön allround. Das empfällt mir. Ich mag eigentlich allround, aber... Gleichermaßen kann ich dann die Kritik auch wieder schon erahnen. Und auch ein bisschen verstehen, dass... Ja, dass das Spiel dann dadurch ein bisschen schlechter wird. Aber, naja. Vor allem PvP, aber PvP ist mir eh egal. So, straight. Was hast du? Well, this is a most charming soul. Wie ich das wusste. Very good. Very good indeed. My power is yours. Let it serve your design. Ah, bevor ich hier mal was mache, müssen wir nochmal zu Ornifex gehen. Und da auch nochmal gucken, weil... Ah, ich wusste doch, da war noch irgendwas. Handeln. Schmelzerschwert. Auch sehr geil. Ultragroßschwert, wenn man es braucht. Was haben wir hier noch? Krümmungsschwert. Wo haben wir denn das mit der Seele des letzten Riesen? Dehnwachen. Turmgargoyles. Drachenreiter. Grippelfürsten. Absuchtdämon. Bla, 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 bla. Sangsdämonen-Seele. Oh, Fleckenpeitsche. Cool. Eine aus der Seele der Sangsdämonen gefertigte Peitsche mit merkwürdigen Flecken bedeckt, die von ihrer giftigen Wirkung künden. Die volle Stimme der Dämonen soll, ganz anders als ihre grässliches Äußeres, Leute anlocken, auf das sie sie vertilgen kann. Ah, cool. Drachenreiterbogen, Schildanbruch, Verfolgergroßschild und Drachenreitergroßschild. Okay, hier kam nichts Neues, wirklich, außer die Peitsche. Zieflugseelenfall. Hier kam auf jeden Fall was Neues. Der Kristallseelenspeer. Die alte Bleichtrakenseele. Ja, den kann ich leider nicht mehr kriegen, weil die Seele habe ich natürlich für mein Schwert eingetauscht, was auf jeden Fall die bessere Wahl war, weil zwei Aufladungen, bitte. So stark kann der gar nicht sein. 53 Intelligenz... Oh mein Gott. Heiliger Schwur, Weltstadt Seele. Ein altes Wunder, das vermeintlich von den Kriegern des Sonnengottes geschaffen wurde. Steigert vorübergehend den Angriff und die Abwehr des Wirkers und Verbündeter in der Nähe. Das könnte allerdings sehr cool sein, wenn ich mit Pogar spiele. Mal gucken. Und die können wirklich Rattenvorwurts Seele. Toxischer Nebel. Eine Randpyromantie, wo bekannter Herkunft, erzeugt eine mächtige, giftige Nebelwolke. Das gifft nagt langsam am Körper des Ziels und fügt ihm dabei Schaden zu. Der Schöpfer dieses Zaubers wollte seinen Gegnern keinen schnellen Tod zugestehen. Ja, ja. Ich tu mich auch. So, ganz schnell nochmal zu Ornefex, weil das muss jetzt sein. Wo ist New Game Plus? New Game Plus, 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 Plus. So viel hoffentlich nicht. Mein Gott. Da, Zeltorak. In die untere Lichtsternbucht. Spinnis sind ja schon nicht mehr da, die Roten. Da hab ich alle weggetilgt. Das war auch eine gute Sache, dass ich das gemacht hab. Oh, das Schwert ist so cool. Ich glaub, ich hab da nicht nochmal Bock, mir das zu farmen im nächsten Mal. Oh, keine Spinnis. Keine Spinnis. So, Ornefex, du Truller. Schaut's. Guck mal hier rin, Mensch. So. That's what he said. Mach mal Tür zu. Schnups. So, wir wollen ungestört sein, wir zwei. Du Arsch da unten. Na, egal. Ich hoffe, der kommt nicht hier rein. Dahin ist auch noch einer wieder am rumzaubern. Können wir mal gucken, wie stark die Kugel ist. Oh, die geht aber. Dafür hab ich ein paar mehr davon, ne. Das ist natürlich geil. Finde ich. Ich werd jetzt was fallen lassen, aber das ist mir mal grad egal. Ja, komm, zaubert ihr. Immer. Handeln. Okay, natürlich ist ein Mundlich-Großschwert. Das Dornen-Großschwert durch die Spiegelritterseele. Einer aus der Seel des Spiegelritters geschmiedetes Großschwert. Schwere Angriffe entfesseln, die ihm innewohnende Macht. In Erwartung des Fürchterlichen, denn floh der König im Schloss und kehrte nie zurück. Sein ihm auf ewig ergebender Krieger steht jedoch weiterhin bereit, um all jene zu vernichten, die ihn herausfordern. Später hat er eine schwere Angriffe. Schwerte verloren in Sünderin, Spinnenzahn, hatten wir auch schon mit der Bewegungshemmung. Spinnenseite auch, das Fleischmesser auch. Hammer der Heiligen Glocke, den hatte er natürlich. 40 Stärke und sonst auch ganz schön derbe Werte. Großhammer des Königs, Eegis. Oder Eegis. Er hat lange im Dunkeln der Gruft der Untoten gelegen, doch hat die Macht des Segens dieses Hammers nicht ganz nachgelassen und kann mit einem schweren Angriff freigesetzt werden. Zur Weltstadt der Königs, Eegis, schenkte dem König sein Leben und seinen Tod. Spezialangriff, schwerer Angriff. Ja, mal das Eisenkönig, das kennen wir auch. Drahtöter, Seelensperre und der Königsspiegel. Einer aus der Seele des Spiegelritters, geschmiedeter Großschuldig, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Kann Zauber abwehren, der Spiegel im Schloss gilt als einstiger Übergang in eine andere Welt. Das wir ja auch gesehen haben, denn er hat ja welche gerufen. Ja, okay, das war jetzt nicht so sehr viel, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir das schon mal gemacht haben. Ja, ihr könnt mich alle mal... Ich weiß, dass der da hinten was liegen gelassen hat, aber das ist mir wurscht. Ich will nur hier weg. So, und jetzt können wir nämlich ein bisschen weitermachen, Leute. Das wird schön. Wir müssen jetzt die Türen finden wieder, ne? In welche gehen wir denn zuerst? Ich weiß noch von Zweien. Ich weiß aber nur noch, wo eine ist, deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Ganz am Anfang, dahin gehen wir jetzt zurück. In die Anfänge. Blaue Kathedrale, Liemandswerf, wo ist es denn? Achso, da. Mann, 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 wie ich es echt verpeile, ne? Wir gehen in den Kardinalsturm. Denn dort war die eine Tür, vor der ich schon das letzte Mal stand, als ich gedacht habe, wir müssen da hin. Aber dann war es doch das Königsschloss, das Schloss von Drang Lake. Nein, wir wollten... Nein, 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 verdammt, verdammt, wir wollen nach dem Drang Lake Schloss. Natürlich, natürlich wollten wir da hin. Erstmal mit Nashendra reden. Mit dem Siegel des Königs. Mal sehen, was die uns sagen möchte. Sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen verpeilt anscheinend. Aber das ist ja nichts Neues. Ich glaube, mittleres Schloss, ne? Was? War bei Nashendra da in der Nähe irgendwo. Ja, genau, das war hinter den zwei... Zwei Dingsrittern da. Hinter den zwei Drachenreitern. Drachenreitern? Ich glaube, die kommen jetzt auch, oder? Ich schätze es mal, dass jetzt noch ein paar Drachen kommen, weil... Dark Souls ohne Drachen? Also bitte, das kann ja mal gar nicht. Oder wenigstens ein kleiner Wurm oder so. Nashendra, meine Liebste, was willst du denn? Damit kam es mir gerade vor, als hätte es so gedonnert. Hallo, Nashendra. Aha. Er sucht nach dem Thron, ist falsch übersetzt. Er ist auch dich zu erledigen, Mädchen. Wie ich es gut fand, ne? Dass John einfach direkt gesagt hat, ähm... Ah, im New Game Plus, da werde ich sie mal umbringen. Bisschen sehr morbid und gemein und doof, aber auch irgendwie, ja. Ne, ist ja Scheid. Okay, sie sagt nichts anderes, wenn ich das Ding trage, insofern, jo. Na gut, Königssiegel, ab. Ich wollte es noch hören, Leute, es gehört dazu, finde ich. Und wenn ich das vergessen hätte, hätte ich mich geärgert und... Ne, ich weiß noch nicht, ob ich das New Game Plus machen werde oder wie das dann kommt und so. Deshalb... Mal gucken. Ah, eigentlich will ich es schon machen, hätte ich schon Bock drauf, ne? Schon eine Herausforderung. Ach, wenn das nicht unbedingt so regelmäßig kommen wird, wahrscheinlich, weil ich... Boah, ich komme mit der Zeit kaum noch hin, Leute, das... Ist heftig, ist heftig. Okay, wollen wir das mal machen? Ich glaube, das werde ich dann so richtig nochmal genießen. Mal alles resümieren und so. Ah, das wird schön. Das wird schön. Hier hält sich ja wirklich so ein klein bisschen durch. Ich gebe es ja zu, das ist, ja... Ich werde ja auch so ein bisschen angetrieben von Bruder, denn ich sage, spiel da nicht mal durch, Mensch. Was ich auch verstehen kann. Ich meine, wir wollen ja das, das together machen. Und da ich mich ja ungern dort spoilern lassen möchte, ist natürlich schön, wenn ich dann schon durch bin. Da unten sind die Feuerechschen auch wieder. I hate you. Guck mal, wie schön man da rausgucken kann. Coole Sache. Über diese kleinen Details, ne, die ich so schnell übersehe. Ach, du bist ja auch noch da. Ich muss dich so nicht treffen, ne, du Sack. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Ah, Leute. Leute, Leute. Vier Minuten noch, also kann ich hier nicht cutten, wie das letzte Mal. Schade. Ich hatte mir so eine schöne Ansage überlegt, ne. Ah, die habt ihr nie gesehen. Ja, es tut mir leid. Äh, oh. Oh, 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 oh. Geht ihr von alleine auf? Kommt her. Ich werde euch kriegen. Alle. Geronimo! Oh Gott, ist ein Leuchtfeuer. Cool. Oh, wie geil, dass diese Tür öffnet, ne. Oh, schön. Episch. Episch, episch, episch. Geil. Haben wir noch ein Leuchtfeuer gefunden hier. Ist cool. Welches ist das? Ich will es natürlich mir angucken, was es ist. Oh nein. Der unbekannte Ort. Äh, really? Okay. Really? Awesome. Jetzt sind wir hier. Geile Sache. Und ich höre eine Glitzer-Echse. Ich hasse Glitzer-Echsen, ne. Diese dreckigen kleinen Viecher. Wo bist du? Ich gehe hier unten in der Treppe runter, ne. Und dann... Ne, das ist der... Das ist der Riese, der so glitzert. Bist du gäckig? Ah! Wieso geht die Tür wieder zu? Ich glaube, knuspert mein Freund. Macht die scheiß Tür wieder auf. Wenn ich doch wieder raus will. Schnell. Oh Gott. Hallo. Leider passiert nichts. Wieso nicht? Ich habe das Siegel des Königs. Gehorche mir. Gehorche mir. Du Sack. Ja, okay. Muss ich jetzt hier runter? Ich schätze mal, ne. Warum glitzert das so? Warte mal. Irgendwofür muss dieser Ort ja gut sein, oder? Kann ich hier mit dir reden? Passiert auch nichts. Und hier ist Glitzer-Glitzer. Ich will wissen, was das Glitzer-Glitzer ist. Komisch. Sind aber sonst keine Wände, wo ich ne... Dings vermuten würde. Ja, da steht ihr Typis noch rum. Ihr kleinen Schelme. Hier vielleicht. Nein. Wir haben schon lange kein Geheimnis mehr gefunden. Das heißt, in der letzten Session irgendwann mal. Das ist mir zu lang. Ich will jetzt wieder eins. Los, gib mir. Gib mir Geheimnisse. Ich will Secret. Gib mir Secret. Gib mir Secret. Secret. Ja, ja. Ich habe das Symbol des Königs, aber ich ziehe es nicht mehr an, weil es ist doof. König ist doof. Was bringt das mir? Verhöht Verscheinungsresistenz. Naja. Bring der Klingen. Könnte was bringen. Der könnte auch was bringen. Das ist doof. Ich will den... Das brüllenden Drachen. Warum gibt's den nicht mehr? Das find ich so gemein. Sind alle doof. Joa, keine Ahnung. Äh. Puh. Reichweite von Pfeilen. Ist mir auch relativ wurscht gerade. Aber gut, dass ich das jetzt sehe. Wo ich ihn nicht mehr brauche. Nehmen wir wieder einen Schlangenring. Komm. Zack. Mehr Seele. Gib mir Seele. Ja gut, dann ist der einzige Weg hier runter. Hallo. Ich bin endlich hier. Am unbekannten Ort. Gebt mir was Schönes dafür. Wenn das jetzt irgend so ein Pille-Palle-Kram. Und müssen hier nicht eigentlich zwei Typen lauern. Da geht's auf jeden Fall rein. Wo kamen die denn sonst her, bitte? Glitzernde Titanit. Ja, das ist... Das ist eine schöne Sache. Aber... Ist jetzt nicht womit ich... Was ich erwarten würde. Aber dann geht's hier rein. Komm. Komm. Lass mich... Lass... Wieso nicht? Aber ich will! Scheißendreck. Was mach ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier und jetzt passiert hier nix. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Kann ich auch nicht hochspringen. Das seh ich doch schon. Ja, das ist vergessen, Mensch. Das ist doch keine Geheimwand und gar nix. Das kann doch nicht sein. Ihr wollt mich doch alle hier nur rollen, ne? Ich bin irgendwie enttäuscht, Leute. Ich bin irgendwie voll enttäuscht. Ich weiß auch nicht. Was soll ich denn hier? Oh, wetten, da hätte ich reingekonnt. Oh, ich bin so doof, ne? Äh... Dafür holte ich jetzt keinen Knochen. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen. Wir machen das jetzt gerade noch schnell nochmal. Und dann schauen wir mal. Oder wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part, Leute. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Ähm... Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr seid so aufgeregt wie ich, was jetzt noch kommt. Es wäre natürlich schön, wenn wir noch ein paar Leute dabei hätten, die es noch nicht kennen. Aber ist ja nicht schlimm. Mal gucken. Vielleicht schaut es ja auch jemand, der es nicht kennt. Und vielleicht freut er sich mit mir und ist auch aufgeregt und freut euch im nächsten Part. Mal schauen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und es wieder heißt, let's play Dark Souls 2. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.